Wett. Ich muss alle Scheiben finden. Oh Gott. Die 4 fehlt und die 8 fehlt. Und dann können wir irgendwie diesen ominösen Koffer, der mit LEDs bestückt ist und eine Zahlenfunktion hat, die ich nicht verstehe, öffnen. Ich habe so einen Koffer noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Oh Gott. Äh, Rasiermesser, Handschuhe, Geldbeutel, Strickzeug, Krawatte, Schleife, Puppe, Buch, Pinsel, Schuh und Sanduhr. Sanduhr ist hier. Alter, 11 Leute gucken sich das an. Das ist... Vielen Dank. Dankeschön. Willkommen zu Let's Play Live schon. So, ähm, Mundharmonika ist hier. So. Krawatte habe ich gerade ausschaut. Ist das eine Krawatte? Doch, Tatsache. Ähm... Geldbeutel? Ist das ein Geld... Ne, ach ne, ist ein Flachmann. Den Kescher benutzt du, um die Tür aufzubrechen. Ja, genau. Müssen wir gleich mal gucken. So, ähm... Pinsel, Schuh, Buch... Buch ist hier oben. Kann ich hier... Ah, guck mal. Hier ist der Handschuh. Hier ist der Pinsel. Das sieht aus irgendwie wie hier so... So eins, zwei, drei hier. Dieses, äh... Ja... Hilfsmittel Nummer eins, Hilfsmittel Nummer zwei. Ja, hm. Puppe oben links beim Schuh. Ah ja, Tatsache. Danke. Ähm... Rasiermesser war das. Hier ist nichts mehr drin, was wir brauchen. Ähm... Schleife. Was ist das denn? Eine Schleife... Achso, eine Schleife. Äh... Wo soll die sein? Hm. Ah ja. Hm. Der Schuh auch. Stimmt. Den hab ich gar nicht gesehen. Geldbeutel und Strick... Zeug... Geldbeutel... Ist das... Das ist... Nein, das ist kein... Das ist ein Strickzeug. Und wo ist der Geldbeutel? Ist der... Hm. Das ist ein Flachmann. Das ist eine Kamera. Kann ich irgendwie interagieren mit irgendwas? Bitte? Man muss ja gucken. Der einzige nur der Koffer, aber hier ist nichts drin. Gut, wo soll denn hier ein Geldbeutel sein? Ganz ehrlich. Unter der Schlange. Unter dem Hut. Nein. Unter dem... durch... leiden. Das ist kein Geldbeutel. Okay. Ähm... Ich hab keine... Lass ich schon mal... Und diese... Hi Heavy! 22.09 WE. Ich grüße dich. Willkommst du im Let's Play Live-Show zum Live-Let's Play von... Wir sind im Bonus-Kapitel. Ähm... Ich weiß nicht, warum ich das spiele. Sascha! Hallo, mein Namensvetter! Ich grüße dich! 1978. Bei der... unteren... Küstchen... Bei der unteren Küstchen... Hier? Nein! Wenn du das meinst... Nein, das ist kein... Das ist kein Geldbeutel. Wenn du das meinst. Ähm... Das ist ein Ball... Das ist ein Schloss... Das... ne... Das ist... das ist nicht. Drei? Nee... Ah, hier! Nee, ist nicht. Ich kann aber nichts klicken. Nee, geht nicht. Nein. Da... Kann... Ich... Nichts machen. Da vielleicht? Natürlich! Unter der Kamera lag der... Der... Der Geldbeutel. Hey, Stricknadel haben wir gepritten. Wow! Ich werd bekloppt. So. Was ist... Achso. Da brauchen wir noch die Münzen. So, äh... Nee, es war... War wirklich... Ihr habt's gesehen. Es war... Ja, ist gut. So, wir probieren das mal aus mit dem... Köcher. Nein, mit dem Köcher geht's nicht. Die Tür aufbrechen. Das... Wär auch zu einfach gewesen. Mit der... Stricknadel können wir den Schlüssel durchfallen lassen. Und können uns jetzt den Schlüssel rausnüllen. Was? Ein uralter Trick! Und das ja auch noch funktioniert. Es ist viel zu dunkel, um etwas zu sehen. Juck... Juckchen, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Ähm... Wir befinden uns im Bonus-Kapitel schon. Wir haben das Hauptspiel durchgespielt. Warum spiele ich das Bonus-Kapitel? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ähm... Wie machen wir denn hier Licht? Es ist viel zu dunkel. Ja, dann mach doch den Lichtschalter an! Es ist unglaublich. Wieso... Sie... Ich geh in einen Raum, ja? Wo es zu dunkel ist. Ich mein, ich kann ja hier was sehen. Aber... Warum macht sie da nicht das Licht an? Weißt du? Überall ist Strom noch auf dem Schiff. Nur hier nicht. Wie findest du Norman's Sky? Voll geil. Feier ich ab. Ohne Scheiß. Ich spiel sehr gerne. Werde ich heute, glaub ich, auch im Stream noch ein bisschen spielen. Ähm... Der Griff fehlt. Ja, dann nimm den Kecher. Nein. Nimm den Stein. Ich... Äh... Keine Ahnung. Warte mal, kann ich denn mit dem Stein vielleicht hier? Nö. Hm. Das funktioniert alles nicht. Ich, ähm... Okay. Uh. Hier waren wir... Haben wir hier schon alles? Achso, warte mal. Ah, ja. Stimmt. Wir brauchen Licht. Natürlich. Hey. Nützlichen Gegenstand gefunden. Leuchtkäfer. Yeah. Jetzt können wir wenigstens... Jetzt sehen wir wenigstens was da in unserem Räumchen. In unserem Darkroom quasi. Wieso? Wieso? Wieso brauche ich etwas anderes? Wieso? Lass die Leuchtkäfer frei. Da hast du doch Licht. Ich verstehe es nicht. Hä? Devil Master. Ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Alter. Es ist unfassbar. Was... Was kann ich denn? Kann ich hier noch was machen? Ja, ja. Vegetation. Ja, ja. Schiffs. Ja, ja. Ich spiele das im Moment nur noch. Ja, ich auch. Es ist faszinierend. Ich spiele das auch rauf und runter. Sobald ich das nicht mehr spiele, werde ich nervös. Nein. Ich meine, generell ist es faszinierend. Also... Ich komme damit gut klar. Ich finde es ein sehr schönes, angenehmes, ruhiges Spiel. Vor allem auch... Ähm... Auch zum Feierabend hin finde ich sehr geil. Kannst du echt zum Feierabend auch gut spielen. Wofür brauche ich denn die Leuchtkäferchen? Ich... Äh... Hier brauchen wir die Perlen, ne? Kann ich die Perlen irgendwo einsetzen hier schon? Bittling! So, mein... ...Koll für Hilfe wurde endlich gefunden. Und ich denke, es war du, derjenige, der bestätigte Kapitän Remington und die Davy Jones' Kurse verbruchte. Alas! Ich bin... ...another... ...Hudwingt Sailor. Ich versuchte, ...und die Töne und die Töne auszulteren. Ich versuchte, die Töne auszulteren. Aber ich habe ihn in Person gefunden. Und er hat sich... ...und er... ...und er... ...terriefiger und... ...cruel... ...creature. Er hat mich hier verraten. Mit Schwäden. Zwischen Leben und Tod. Bitte. Willst du die restlichen Teile finden und mich frei setze? Ich kann es dir für ein paar Zeit machen. Bei dem ganzen Spiel brauchst du ein Glas. So. Was haben wir denn alles im Inventar? Den Kicher und Stein. Können wir da vorne noch irgendwas machen? Ja, wir können weiter wimmeln. Ich werd bekloppt. So, Hammer, Tinte, Käse. Schon wieder Käse? An die Kekse. Ach, Kekse sind hier oben. Ähm, Mausefalle. Fischgräten. Tennisschläger. Ich hier. Fischgräte ist hier. Ananas. Ist das ein Ananas? Nein. Wo ist denn die Anna, die nass ist? Äh, ah, hier. Muschel, Schaufel, Hammer. Da ist eine Schaufel. Das war die Tinte. Ganz toll. Mausefalle. Ähm. Ist das der Hammer? Tatsache. Mausefalle in den rechts. Haben wir schon. Aber danke. Äh, Banane war hier oben. Genau, Banane ist hier oben. Zeitung ist auch hier. Hörer ist hier. Und jetzt brauchen wir nur noch... Jetzt brauchen wir noch die Muschel. Muschel. Wo ist die Muschel? Wo ist die Muschel? Wo ist die Muschel Muschel? Ähm. Ähm. Naja, wie gesagt. Naja, wie gesagt. Naja, es ist immer noch so warm hier. Boah, es ist immer noch so warm hier. Boah, Alter. Das ist... Puh. Achso. Übrigens für die alle, die auf YouTube gucken. Das ist übrigens heute der Tag, wo ich auch... äh, Homefront aufgenommen habe. Wo ich da im Let's Play sage, es ist so warm. Ich war ja... Komme heute im Stream aus einem, äh... Muschel auf dem Rettungsreifen. Ah ja, Tatsache. Ich komme ja heute aus einer 5 Stunden Homefront-Aufnahme. Alter. Ich habe ja heute 5 Stunden Homefront aufgenommen. Alter. Und die Videos sind gerade noch am Rendern oder am Schneiden. Das ist, äh, abnormal. Wie warm es auch ist. Wir haben einen Vorschlaghammer. Ah. Damit kommen wir jetzt durch die Tür rein wahrscheinlich. Toll. Oh Gott. Die Legenden sind wahr. Wir haben Davy Joes gefunden. Doch es war nicht sehr... Er war nicht sehr erfreut uns zu sehen. Mit seinen unerklärlichen Kräften. Ich kann es nur Magie nennen. Äh, gebrannt er uns Schiff und warf es auf diesen verlassene Insel. Der Großteil der Crew wurde dabei getötet. Die Überlebenden versuchten zu fliehen. Aber ich bezweifle, dass sie besonders weit kamen. Denn alle Rettungsboote wurden zerstört. Das der wütende Davy mich fand und erkannte, dass ich der Kapitän war. Gewährte er mir einen Wunsch, am Leben zu bleiben. Doch dieses grausame Monster bezog... Was? Betrug mich. Er sperrte mich in eine Kabine ein. Fesselte mich an einem Stuhl und ließ mich dort umzuverrotten. Gefangen zwischen Leben und Tod für alle Ewigkeit. Oh! Wir haben ein Stück... Keine Ahnung. Karte oder sowas. Äh, ach so. Das ist also... Keiner von Davies Zwergen, der ein... Luge auf mich hatte... Was? Eine Glühm auf mich hatte? Sollte... Wurde zu meinen... eigenen Begleitern. Dieser stille Kreatur beobachte mich mit seltsamem Interesse, während ich schreibe... Mai... Steht er meine? Aufzeichnung... Eines Tages... Stehlen und versuchen mich zu imitieren. Der Kekken hatte recht. Der Zwergenstahl... Letztendlich die Aufzeichnung und Beweise... Seiner Zeichentalent... Seines Zeichentalent. Mhm. Interessant. Das Bücherregal bewegt sich kein Stück. Ich wette, hier ist irgendwo ein Schalter, um es zu... Entriegeln. Das Bücherregal entriegeln. Also. Ich bin jetzt erschrocken. Alter. Eine Trophäe fehlt. Die haben wir leider nicht. Also hier ist es gar nicht mehr so warm. Da hier auch... sehr viel Wind ist. Es ist hier auch Wind. Oder beziehungsweise hier ist es Wind still wieder. Es ist hier mega heiß. Es ist hier mega heiß und warm. Es ist abnormal. Äh... Sieht Davy so aus? Ich glaube ja. Bisher ist der... wissenschaftliche... Ansatz fehlgeschlagen. Boah geil. Trotz der malerischen Aussicht war der Künstler nicht zufrieden. Oh Gott. Wer sprechen... Was steht da? Wir sprechen mit den... Äh... Was steht da? Ich kann... Warte mal eben. Ich kann das gar nicht lesen. Mit der... Und suchen nach einer... Küchenen Wahrheit in der alten... Alter. Was für eine Klaue. Es sieht so aus. Als hätten die Forscher schließlich Davys Spur und damit ihren Untergang gefunden. Bei uns kommt gleich ein Gewitter. Gott sei Dank. Äh... Es... Wir hatten gestern Nacht Gewitter. Aber es ist so schwül geworden dadurch. Die Trophäen werden anscheinend in der Rede geschwindereienfolge platziert. Ja... Ich habe diese Dublone im Museum einer Freundin... Meiner Freundin gesehen. Ein seltsames Stück. Wer hat sie hergestellt? Und weshalb? Das waren die Dublone von der Kiste aus dem Hauptspiel. Ähm... Das haben wir schon gesehen. Das ist auch dasselbe. Sonst kann ich hier nichts machen, ne? Ich äh... Okay. Da war das Buch nur. Was haben wir denn da bekommen im Inventar? Was ist das? Ach, ein Kartenteil. Ach, ist ja interessant. Ähm... Hier ist es noch zu dunkel, weil der hier irgendwie was braucht. Oder wir. Oder sie. Ist ja eine Sie. Ähm... Hier können wir noch nichts machen. Wo... Haben wir denn noch ein Wimmelbild? Hier an seine Füße wimmeln. Nein. Hier können wir wimmeln. Alter, was ist das denn? Armband, Habune, Dreizack, Kompase, äh... Sternkarte, Vergrößerungsglas, Panflöte, Hand, Kopf, Messer, Voodoo, Öllampe. Pan... Flöte... Wo ist denn die Panflöte? Interagieren. Ah, hier. Oh ja. Interessant. Kann ich... Kann ich das wieder zumachen? Ich wüsste gerne... Okay, das geht nicht. Ich dachte, da unten müssen wir auch noch dran. Anscheinend nicht. Gestern Abend... Äh... Noch schwimmen 40 Stunden. Und... Davon waren drei Stunden die Außenbecken gesperrt. Wegen Gewitter. Und... Dann... Hast du noch... Ein... Das... Was? Ein Gewitter. Und dann... Hat noch ein... Tatsächlich ein erwachsener Mann ins Wasser... Gekackt. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ähm... Ist ja ekelhaft. Da ist der Kopf. Ähm... Messer... Star... Harpune. Hier. Und jetzt brauchen wir noch den... Sternenkart und einen Kompass. Das ist... Das ist ein Kompass. Nein, das ist kein Kompass. Äh... Vielleicht muss der so dringend und kam nicht so schnell aus dem Becken. Kann natürlich auch sein, aber ist ekelhaft. Ihh... Sternenkarte und Kompass. Was ist... Das ist kein Kompass. Das ist ein Zirkel. Immer... Äh... Kompase. Entschuldigung. Kompase. Ähm... Da hab ich mich letztens schon mit vertan. Wo ist denn hier die Sternenkarte? Hier. Das ist ne Karte. Ich seh's doch. Das ist ne Karte. Nein. Sternenkarte. Wo soll denn hier bitte ne Sternenkarte sein? Man muss... Merkt doch vorher, wann man muss... Naja, wenn's richtig drückt und auf einmal plötzlich kommt. Anstatt... Aha. Anstatt du pupst, du musst auf einmal... War ich nicht. Wir haben ein Messer gefunden. Sehr schön. Was können wir mit dem Messer machen? Wie kann ich mal überlegen? Messer, 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 Messer. Hm. Hier können wir glaube ich mit dem Messer nichts machen, ne? Ist hier vielleicht irgendwas? Nein. So. Nein, da brauchen wir Dings. Ist hier vielleicht mit dem Messer. Ja. Wir haben eine weitere Perle. Hä, was? Ey! Das gibt's doch gar nicht. Toll. Super. Hast du ganz toll gemacht. Warte mal, da ist noch ein anderer Koffer gewesen, ne? Kann ich denn auch hier den? Ne, da gehen. Toll. Muss ich jetzt wieder wimmeln irgendwo? Ah, hier komm ich mir noch nicht lang. Hier ist nur das Blut zum Lesen. Hier müssen wir noch den Pokal finden. Hol dir den Weltpokal. Hier war nur er am Sitzen. Da fehlen noch die Stücke. Hier war interagieren. Das ist... Ja, okay. Ich wollte ein paar Blubberblasen machen. Ja. Ich glaube auch. Ohne Licht hat das keinen Zweck. Ach so. Verstehe. Ne, das war der falsche Raum. Ich muss hier rein. So. Oh Gott, wie lange das geht? Alter, das ist abnormal. Alter, dieser Fisch. Trophäen aus Raubfischköpfen. Geschmackvoll. Oder schrecklich? Da fehlt eins in der Mitte. So, was haben wir hier? Sonst noch irgendwas? Was ist hier? Wett. Ich muss die fehlenden Teile finden. Kann ich mir vorstellen, dass es wieder nicht war. Ja. Ähm. Harpunen, Kanone, Ladungssteg, Fischgräten, Hummer, Laufrolle, Seesternhaken. Da ist schon mal der Hummer. Ähm. Muschel, Dreizackkarte, Aal und Anka. Ankara. Ankara, Ankara. Da ist der Hune. Ein langes Zusatzkapitel. Äh, ja. Es ist, äh. Und ich wollte nur mal kurz reingucken. Und wie lange hocke ich jetzt schon hier dran? Alter. Fast eine halbe Stunde am Zusatzkapitel. Alter Schwede. Über eine halbe Stunde sogar. Ne, warte mal. Ja, sicher. Über eine halbe Stunde. Fast 40 Minuten. Und ich wollte nur kurz reingucken. Nur kurz. Was? Die Gräten, links außen. Ah, hier. Tatsache. Ähm. Was ist das Kapitel? Kapitel gab es wahrscheinlich auch nur weil auf Expert. Ja, weil ich auf Expert spiele es will. Da war der Aal. Das ist keine Erlangungsrolle. Ähm. Da war eine Karte. Wo ist denn bitte der Anker? Der Anker da? Ähm. Wahrscheinlich weil ich die Special Limited, die Special Limited Ultra Edition vorbestellt hatte. Deswegen. Pfff. Deswegen, äh. Gab es dieses Bonus Kapitel mit dabei. Ist das ein Anker? Nein, es war der Dreizack. Aber wo ist denn bitte der Anker? Das ist kein Anker, ne? Sieht aus, komm, man sieht aus voll wie so ein Tentakel hier. Hier ist das Auge, hier der dicke Kopf. Ist ja ekelig. Ähm. Da ist die Laufrolle. Wo ist denn der Ladungssteg? Hä? Landungssteg. Was ist denn bitte ein Landungssteg? Also ich kann mich in der Schifffahrt überhaupt nicht aus. Aber, äh. Ein Landungssteg. Ein Haken. Ein Haken. Ein Haken. Ein Haken. Habe ich den Haken nicht gerade irgendwo gesehen? Das ist keine Ahnung. Das ist kein Haken. Das, ähm. Das ist ein Ei. Muschel. Der Anker unter dem Hut. Das ist kein... Gibt's hier noch nen Hut? Nö. Hä? Wo denn hier? Hier ist doch kein Haken. Wo ist denn hier ein Haken? Wo ist denn hier ein Haken? Das silberne Teil. Welches silberne... Ach da! Dann sag doch im... Oh! Dann sag doch im Hintergrund links auf den Bildern! Ist der Haken. Und nicht unter dem Hut. Unter dem Hut finde ich hier drunter. Alter. Äh. Anker. Das silberne Teil mit den vier Enden. Ja, der Anker. Ja, ja. Aber wo ist das? Oh! Hallo meine Freunde! Und da bin ich auch wieder. So, warte mal. Da ist mir doch tatsächlich der Wireless Controller einfach mal aus. Ist ja geil. Alter. Das muss ja auch mal passieren. Ähm. Ich meine den Anker. Ja, was denn jetzt? Wo ist denn... Ach hier! Das ist doch kein Anker. Das war ein Propeller. Ohne Spaß. Das war ein Propeller. Ganz ehrlich. Ja. 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 Mal. Das ist... Das ist echt abnormal. So, ich würde sagen, wir machen mal ein klitzkleines Päuschen. Ja. Und dann geht es gleich spannend weiter in der Let's Play Live Show. Ja. Bis gleich. Ja.